und so das spiel starten zusammenschnitt waffen fahren bei den drachen aber ich hab sie heute erst mal gemacht das ist geschnitten als du gepennt hast wundern zeichnen mit geschnitten sondern gewählert ja und geschlafen er gut das gehört zusammen und weil es so erwartet wurde und du dann doch gesagt hast ja ich glaube sie wird sich darüber freuen und ich denke mir dann nur so ach Michael, fisch dich einfach wieso? was habe ich damit zu tun? ich weiß ganz genau dass ich es nicht abkann wenn sich jemand auf was freut und dann darauf warten muss du lässt mich sehr oft warten hey Tobi, ich bin echt beliebt gerade, ne? bis süß gucke mal los schau dir mal in die Zeile ich hab keine Zahlen fliegen sehen leider was? ich hab sie nur weggefetzt und sehen die Leute hier allein Leute mal platz hier ich muss meine Raketen finanzieren wo? ich hab aus ihm die Maus rücklust und lass mich hier an der Wange zu kratzen was passiert ich fall erst mal fast runter was hätte ich gern gesehen ich hätte es gern gesehen ich hätte es gern gesehen erst mal ach Moment Energy sind nicht richtig ich bin unterwegs ja sieht jetzt ein bisschen drüber aus oder das ist mir eigentlich relativ stell dich mal auf versuch dich mal daran zu stellen wegen wenn ich sterbe ist das ein bisschen gefährlicher ich glaube ich habe für jede situation die passende shotgun ich kann mal kurz vorbei ich sag einfach nichts mehr da liegt doch nichts Michael, sag Hallo zu meiner neuen Shotgun oh, die leuchtet grün weißt, was mir eigentlich aufgefallen ist ich habe eigentlich alle Röpser reingeschnitten bei mir was heißt eigentlich es waren alle hast du ein Behaltungsgerät? oder so, stimmt ich glaube, du brauchst auch eher einen Sortum get the ride aua das schneide ich raus was, das Aua ne, das Aua schneide ich rein was passiert ist nicht oh, da ist ein Lila oh, da ist Tobi ich habe hier Kuchen wollte ich eigentlich sagen warte, ich gehe da hoch weißt du noch, als ich da unten drin war einfach ja das versuche ich nochmal das will ich aufs Video da 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 lass mal nachladen oh, da ist er hallo, Hilfe Michael 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 lass mal nachladen Michael, ich geh da drauf Michael ich helf ich helf dir Nadia Nadia ja ja Lagen du الط wald lange vom hart wird Morgen du wohl ho heute nur die blut 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 und heiraten wir gerade den hut weil sie nicht damals ist sie eigentlich heiratsfähig aber nicht diskriminierend wenn er es nicht könnte haben zahlenrechte ob du beläst mich wieder ne blut blut ich bin super lud nein du bist kein super lud du bist eher so weiß weiße kategorie so krass sogar schon nicht wenigstens gesockelt auch geiler warum der alles schlechte um gut zu reden nicht plus sechs er ist mal kuchen komm herr hier der arsch geschossen ist der arsch ich habe ihn gemessert warum ist das so witzig da ist nur ein bosskampf also kann ich da erstmal nochmal am am abgestochen waren das ich glaube schon weiß er hat sich nicht bewegt hätte ich jetzt einfach blubb mann ich fall immer noch nicht durch ich brauche auch das geld ich bin jung und braucht das geld die halle ja die raketen sind halt nicht aufsammeln da wir haben wir mit profis arbeiten und davor trotzdem fragen ob man mit profis arbeiten darf als nicht profi hast du vergessen zu springen ist einer nur gelaufen nicht ganz ich wollte irgendwie was cooles machen und ja das war richtig cool aus ich wollte am rand landen im video sah es leider echt absichtlich aus das soll so aber drin lassen das sieht absichtlich aus ist ja hat so gemacht und dann da wollte ich eigentlich hier landen auch was denn der kopf guckt durch steckt steckt da drin fest ja und wenn ich es hinkriegt das müsste es sein wir brauchen echt eine dropbox hier ist noch eine truhe auf hallo michael und ich bin in ihr sachen nie ich sehe nix ich sehe aus dem lauf vor lauter leichen nix h schieß mal ich habe versucht dir die granate zu werfen siehst mich immer noch ja ich dachte hinterher schieß mal ich schieße ich höre die schiess das ist in der ersten truhe die du geöffnet hast ist grün dann kommt blaut das nehme ich mit neigen ist es nicht in der anderen ruhe da ist auch gut siehst du das hier ne ich höre nur bum bum wo ist der loot da waren zwei blaue sachen die habe ich mitgenommen allein wo ist der loot die 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 ich glaube das wird sich mit dem schneiden wir müssen erst mal überlegen wie du mir das video dann naja das kalt wird ewig dauern wieder wir sollten diese lobe kreation so wie er war meistens mache ich doch unser logo ich weiß aber wir sind meistens dann am skype ich bin noch irgendwo angeklatscht ja das war so er hat Geld für solche und diesmal mit beide geschehen alles klar ich hab dich sogar noch feilen sehen als ich tot war Ciao